hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal leute es ist ganz schön warm draußen deshalb muss ich echt überlegen mache ich die woche ein video aber ich würde euch natürlich auch mal wieder ein regel video zeigen denn das ist ja auch etwas was ich sehr gerne mache und was den kanal ja auch ausmacht jetzt habe ich mich für eins entschieden was nicht ganz so lange dauert denn diesen monat hatten wir auch noch kein pandemic spiel und deshalb zeige ich euch heute die erweiterung zu pandemie die heilung die es leider nur im englischen gibt nämlich pandemic secure experimental maths jetzt schaltet nicht gleich ab wenn ihr sagt ich spiele spiele nur auf deutsch es ist ähnlich wie das hauptspiel der großteil ist einfaches englisch und wenn ihr es einmal gelernt habt ist alles gut ihr könnt ja auch im notfalls mit übersetzer spielen kurz wörter eingeben die nicht einsetzen können aber sagt es nichts verrücktes was das spiel verändert aber die erweiterung so viel sage ich jetzt schon mal die lohnt sich und wenn ihr pandemie die heilung gerne spielt dann ist diese erweiterung ein muss sie wird mit sehr hoher wahrscheinlichkeit nicht mehr auf deutsch erscheinen das spiel ist glaube ich von 2016 2015 2016 und wir haben es heute nicht bekommen pandemie die heilung war leider auch scheinbar nicht so der kommerzielle erfolg was ich sehr schade findet denn das spiel hätte tatsächlich mehr aufmerksamkeit verdient ich stelle euch in dem regel video jetzt vor was ist neuer material dabei denn wir haben unter anderem neue charaktere wir haben neue events aber wir haben auch zwei module nämlich ein mutations modul mit einer fünften seuche und dann haben wir noch hot zone genannt ein zweites modul die können zusammen kombiniert werden oder auch einzeln verwendet werden und ich stelle sie euch kurz vor in dieser ansicht bevor wir dann gleich in den spielaufbau reingehen und ich euch so eine grobe situation zeige um die module zu erklären will ich nur ganz kurz auf zwei elemente eingehen zuvor aber auch der hinweis das was ihr jetzt hier seht ist nicht alles an material ich habe halt alles eigentlich schon einsortiert in meine grundbox und wollte das jetzt nicht alles noch mal separieren ihr habt erheblich mehr ich kann euch etwas genau sagen wir haben acht neue rollenkarten wir sehen an den karten hier unten an dem symbol mit der tablette sehr schön erkennt man die erweiterung haben hier alle auf den karten drauf das heißt so könnte die separieren acht neue charakter das heißt ihr verdoppelt eure charaktere die im grundspiel hat die sich auch noch mal unterschiedlich spielen die teilweise auch einfluss nehmen oder bezug nehmen zu den neuen modulen dann kommen neue events mit rein die sind von der rückseite identisch zu den deutschen karten das heißt ihr könnt sie problemlos einmischen die sind dann halt logischerweise auf englisch hier ist eine besonderheit noch mit zu erwähnen nämlich es gibt jetzt dauerhafte effekte symbolisiert durch dieses symbol hier unten dauerhafter effekt könnte man ein bisschen missverstehen heißt nicht für den rest des spiels sondern in dem moment wo diese karte aktiviert wird also der phase eines eines spielers kriegt dieser spieler diese karte und legt sie vor sich ab der effekt ist so lange aktiv bis dieser spieler wieder dran ist das ist also mit dauerhaften effekt gemeint also neue charaktere neue event karten und jetzt gucken wir uns die beiden module an gehen dafür aber mal in die spielansicht so beim modul mutation kommt eine fünfte solche ins spiel die hat solche lila würfel die zeichnen sich vor allen dadurch aus dass sie zum einen auf einer seite ein minus eins haben und auf einer anderen seite mal zwei man kann für die spielvorbereitung diese sticker hier nehmen und sie hier drauf kleben habe ich nicht gemacht die sticker sind ja von daher nur wichtig dass sie euch zeigen was ist die verteilung an würfelsymbolen wir haben hier schwarz gelb gelb aber jetzt lila hat auch einmal ein fünf eine vier und eine zwei darauf müsst ihr also nicht machen wie gesagt ich habe es nicht gemacht so dann haben wir noch einen plus und damit haben wir alle sechs symbole auf den würfeln erklärt was hat es mit den würfeln auf sich die würfel kommen dann normal mit in eurem beutel so dass ihr dann eine fünfte solche so würfelt ihr die minus eins hier drauf bedeutet dass ihr müsst einen weiteren würfel aus dem berühmt berüchtigten sack ziehen und diesen aus dem spiel entfernen es kommen werden so also weniger würfel habt ihr eine und danach würfelt ihr diesen würfel erneut würfelt er wieder eine eins oder eine zwei wird dieser effekt wieder ausgeführt das heißt also es kann eine kettenreaktion auslösen bei zweimal ist auch recht simpel ihr zieht einfach noch einen weiteren würfel und würfelt dann beide neu auch hier wieder zwei mal gewürfelt minus eins gewürfel das würde alles abgehandelt werden so also da wisst ihr was das bedeutet jetzt im setup was passiert wenn ihr beim setup eine minus eins oder eine mal zwei würfelt ganz einfach ihr würfelt so lange erneut bis ihr eine zahl gewürfelt hat das kennen wir ja auch mit dem plus symbol so ich zeige das jetzt einfach mal ganz kurz exemplarisch was sich hier noch ändert im spielaufbau erstmal grundsätzlich nicht so viel mehr außer dass ihr euch halt merken müsst wenn ihr lila würfelt dass ihr halt keine minus eins mal zwei oder halt auch das plus symbol haben dürft wann ist die minus eins und die mal zwei noch wichtig ihr könnt euch sicherlich vorstellen nämlich wenn ihr versucht das gegenmittel herzustellen da ist nämlich so dass die minus eins abgezogen wird vom würfel ergebnis und die mal zwei ist sogar positiv sie verdoppelt also euer ergebnis dabei ist wichtig zuerst werden minus eins würfel symbole angewendet dann noch effekte von irgendwelchen charakteren und zu guter letzt erst machte die mal zwei rechner es wird halt vorher so weit wie möglich reduziert beziehungsweise vergrößert so dass es im wesentlichen die mutations erweiterung klingt erstmal nicht so radikal anders ach ja und eine sache natürlich auch noch wichtig wir haben natürlich auch eine neue karte nämlich auch für diese krankheit muss am ende ein heilmittel hergestellt werden was aber tendenziell halt einfacher ist weil wir halt die mal zwei mit dabei haben ja okay also das merkt ihr euch für das mutations modul gucken wir uns das zweite große modul an nämlich hot zones so für hot zones kommen neue würfel ins spiel nämlich diese grünen davon gibt es elf stück ihr bestimmt am anfang die schwierigkeit im normalfall würde man jetzt hier anfangen mit den ersten bereich lässt man frei und ihr würfelt dann die würfel einzeln und fangt dann an von der ersten zone an die würfel reinzulegen ohne jetzt irgendwie die symbole oder weiteres hier zu berücksichtigen so ihr könnt dieses modul mit der erweiterung spielen wir machen das jetzt einfach mal weil wir jetzt mit dem mit der mutations erweiterung spielen weil wir die jetzt sozusagen schon haben so was passiert wir würfeln weiter einzeln und gucken jetzt zu jeder farbe dort wo die meisten einer farbe liegen angefangen mit damals mal gelb hier liegen die meisten gelben so machen wir rot rot können uns aussuchen dort oder dort weil es gleichstand ist legen wir dorthin dann nehmen wir die grauen kommt dort hin dann haben wir blau kommt dort hin und am ende lila das kommt dort für den ungewöhnlichen fall dass ihr ein würfel oder eine würfel farbe gar nicht vertreten habt dürft ihr euch die region aussuchen würfelt hat den würfel wie wir es eben gemacht haben und packt ihn dort hin das heißt maximal haben wir im spiel insgesamt elf dieser würfel wenn wir jetzt auf einem höheren schwierigkeitsgrad das ist auch einfach auf mittel anfangen würden würde dieser würfel weg kommen ich weiß jetzt nicht ob ich den verändert habe tun wir einfach mal so es wäre nicht so gewesen so wie verhält es sich jetzt mit diesen würfeln fangen wir mal an mit den epidemien das sind ja die schritte wenn wir halt hier immer sozusagen einen neuen bereich kommt das macht er erstmal wie üblich wie epidemien abgehandelt werden und dann packt ihr den grünen w6 in die zone ich hatte ja mal zwei mipel bereitgestellt aber mal der spieler hier ist dran und ihr packt den würfel in die zone des aktiven spielers wo das gerade abgehandelt wird hier gilt auch ist es der vierte grüne würfel in einer zone kommt es auch zu einem ausbruch und der neue würfel wird im uhrzeigersinn weitergelegt so wie er das auch von den normalen ausbrüchen kennt und auch der ausbruchmarker geht einfällt vor ja was hat es denn jetzt mit den würfeln auf sich nämlich wenn man in einer region steht mit sollte einem würfel kann man sie einsetzen dabei kann man sich merken die weißen symbole die wir hier haben das sind positive symbole die bringen uns gute effekte zum beispiel haben wir hier dieses symbol können wir einen infektionswürfel oder einen grünen würfel in eine benachbarte region bewegen dann haben wir noch bei dem positiven diesen hier hier kann ein spieler einen biohazard effekt ignorieren in der hinsicht und nochmal neu würfeln dafür muss man auch den würfel auch einsetzen oder wir haben noch einen dritten nämlich hier mit dem glas wieder drauf diesen kann man einsetzen um bei der suche nach einem heilmittel das ergebnis um eins zu erhöhen kommt aber mit einem preis nämlich man muss die infektionsrate um eins erhöhen es gibt aber auch negative effekte die sind dann halt gelb dargestellt da haben wir hier diesen luftturm oder leuchtturm schrägstrich hier ist es so wenn man in die region reisen will per flugzeug oder per schiff braucht man ein weiteres symbol der art mit der man reisen will also das macht die sache insgesamt teurer dann haben wir hier diese feile hier zieht man vier würfel aus dem beutel und packt sie in das behandlungszentrum und als letztes haben wir noch dieses symbol der sogenannte rate effekt und der ist auch ein bisschen fies wenn der in einer region liegt und man einen neuen würfel der region hinzufügen müsste dreht man den würfel auf diese seite also eigentlich auf eine positive seite und zieht zwei neue würfel würfel die und packt sie halt in ihre passenden regionen also da kommt dann auch noch mal neue würfel mit ins spiel wenn man die würfel nutzt und das ist halt die negativen effekte wird man auch nutzen damit man die würfel weg bekommt denn ihr habt ja gehört wenn wir drei grüne würfel in einer region haben kann es halt auch zum ausbruch kommen und deshalb ist es wichtig dass auch unter kontrolle zeit immer wenn man sie nutzt muss man die würfel danach würfeln und das neue symbol dann halt auch wieder in die region legen genau was müsst ihr euch noch merken also dieses symbol und dieses symbol das macht das könnt ihr nur in eurer aktionsphase nutzen und dieses logischerweise nur wenn ihr versucht hat ein heilmittel herzustellen dass er das dann auch mit berücksichtigt diese würfel kommen niemals hier in die mitte und sie kommen niemals in den beutel das heißt sie bleiben die ganze zeit im außenbereich die sind wirklich sehr lästig auch wenn es positive effekte gibt sind die negativen effekte effekte wirklich nerviger und eben starken einfluss das heißt ich empfehle euch fangt an mit der mutations erweiterung ja also mit den lila würfeln die ist schon gut anspruchsvoll ihr habt ja auch eine krankheit mehr um die ihr euch kümmern müsst und dann könnt ihr im nächsten schritt mit den grünen würfeln weitermachen wenn ihr es dann noch schwieriger haben wollt also insgesamt zur ganzen erweiterung gesagt ich finde es eine tolle erweiterung weil sie das spielkonzept nicht verrückt verändert ihr habt doppelt so viele charaktere ihr habt neue event gerade auch diese mit den dauerhaften effekten sind sehr cool weil sie noch eine neue taktische komponente geben wann nutzen wir sie wer nutzt sie damit sie hat wie lange für uns auch nutzbar sind das mutations modul gefällt mir persönlich am besten weil es mit diesen mal zwei und minus eins das spiel doch maßgeblich beeinflusst wir hatten es schon dass dann der würfel pool leer war weil wir so oft die minus eins hatten eine schöne sache hier beim letzten modul ist noch und das werde ich nochmal einblenden weil es eben nicht gesagt habe ihr könnt hier aus dem cdc wenn ihr dort plus symbole habt könnt ihr diese plus symbole einsetzen um diese würfel neu zu wirbeln das ist auch eine coole mechanik die man auch wenn einem das normale spiel zu schwer ist nutzen kann dass man sagt dass man diese plus symbole von den cdc ist nicht nur nutzt um die ereigniskarten einzusetzen sondern auch um würfel neu würfeln zu können das kann man machen um das spiel sich ein bisschen leichter zu machen also in meinen augen das spiel macht so schon viel spaß durch die erweiterung kommt noch mehr mit dazu ich hoffe dass ich euch das ein bisschen näher bringen konnte was die erweiterung so macht habt wirklich keine angst vor dem sprachaspekt ihr seht gerade hier ist gar nichts mit sprache sind einfach nur die regeln die man lesen muss die am ende wieder mit beispielen acht seiten sind kompakt mit beispielen ich glaube zwei seiten sind komplett nur beispiele wieder vorbildlich muss ich sagen von siemen games und ja also ich habe viel spaß damit freue mich dass die erweiterung geholt habe sie ist leider in deutschland nicht so einfach verfügbar ich habe sie mir bei amazon us geholt für umgerechnet am ende ja rund 45 euro mit versand das ist nicht wenig geld die box ist unnötig groß man kriegt alles am ende eigentlich eine große box rein wenn man das will aber ich würde es nicht missen weil ich das spiel sehr gerne spiele und deshalb kann ich es euch empfehlen wenn ihr das spiel mögt dann versucht irgendwie an die erweiterung ranzukommen alles klar in diesem sinne wünsche ich euch eine schöne woche bleibt gesund nutzt das schöne wetter noch ein bisschen und ja bis zum nächsten mal ciao